Guten Tag, ich bin der Chico. Ich meine, es sind schwierige Zeiten, in denen wir gerade leben. Im Radio sehen sie immer etwas von einer Plage. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich meine, es geht um dicke Katzennahts, die sondern auch irgendetwas von sich ab. Und da gibt es dann glatt, wenn man reintritt, und dann gibt es gefährlich. Deswegen wünschen sich die Menschen immer einen guten Rutsch bei. Man soll sich dann auch die Uhr nahe stellen und rausgehen und sofort gehen. Ich meine, so wurde es gewesen. Die Dichschkatz, die herrscht übrigens Silvester. Und da gibt es dann auch Reklame im Radio, so, man Munition kaufen, mit Raketen, alles, so, dann noch schießen. Liebe Jäger, passen bitte auf auf eure Hunde und auf die anderen Haustiere, die haben Angst, wenn draußen geknallt gibt. Lass das lieber euer Noppa machen, den Silvester Lofotien, und da kümmert er auch ein bisschen Schimium aus. Ich meine, es sind genug Eingärztkräfte draußen. Holt lieber euer Haustierchen, der Kraul. So, wenn euch keine Zeit mehr, ich muss noch rüber bei den Rexi. Der wollt mir noch etwas weisen. Die haben, an dem Ofen immer etwas im Keller stehen, das herrscht Bole. Das ist in so einem Glasdingen. Und er sagt, da brauchen wir dann auch auf uns nicht mehr rauszugehen, wenn man auf den Klo muss.